Und den Siggi? Und wer die Schnur im Garten des Doktors gespannt hat und die Scheune angezündet. Sie keine Angst, dass Ihre Schüler Sie auslachen, wenn sie da so mit mir tanzen. Marvin, pass auf! Warum soll Gott wollen, dass du stirbst? Müssen alle sterben? Ja. Wirklich alle? Ja. Darf ich hierbleiben diese Nacht? Schicken Sie mich nicht weg. Ich hab so Angst auf der Landstraße. Ich weiß jetzt, wer all diese Verbrechen begangen hat. Kein wässer Wohl ist unser Wort. Ein Guter, der uns verhaften. Er gilt uns frei aus aller Mut. Mühe ich mich, euch Gottes Wort nahezubringen und euch in seinem Geiste zu verantwortungsvollen Menschen zu formen. Und verzeihen Sie, Herr Vater. Bitte verzeihen Sie. Weiß ist, wie ihr alle wisst, die Farbe der Unschuld. Bislang. Du kannst uns deine KlapponАn fahren. Untertitelung des ZDF, 2020